Aber erstmal stopp. Wie stopp? Stopp. Ganz kurz stopp einmal. Denn wir haben eine Sache, die wir fest zusammen. So wie Olli und Tim. Wie München und 1860. Kochen und Bier. Getränke. Ganz wichtig. Inspirationsfälle. Okay. Inspiriert? Er hat das Güney-Tempo schon angenommen. Ich mach's nicht. Und weiß drin bei den Grünen. So, das ist Parmesan. Das ist jetzt gerieben. Ganz normal über die Reihe gezogen. Haben wir den Teller hier mit ein bisschen Butterbrunenpapier. Jetzt schreue ich den geriebenen Parmesan-Käse raus. Und gebe ihn für circa 30 bis 40 Sekunden in die Mikrowell. Was passiert? Mach's das einmal bitte. Was passiert? Der Käse schmilzt. Anschließend wird er wieder kalt und fängt an Karten werden. Ich hab' den Hintergrund auf der Basel. Aus dem Blauwein weiß ich immer noch nicht, was ich mache. Ich muss erstmal den Lachen pflegen, damit es noch gar wird. Also für Zeitreiche denn noch nicht mehr. Keine Mellonino. Ui! Wof! 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 So, der Platz ist hier dran, aber ich bin voll auch angebracht, ich bin da, ich bin da woher. So, ich bin hier das anziehen, gleich mal. Ich bin stark, ich bin stark, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Untertitelung des ZDF, 2020